Ein äußerst beliebter Artikel bei uns im Onlineshop ist diese Regenjacke von Mercedes-Benz. Die Jacke ist gehalten in schwarz und grau. Alle Reißverschlüsse, die aufgesetzt sind, sind grau. Sowohl die Reißverschlüsse an den Seiten als auch Front oder hier an der Bustasche. Wir haben das Mercedes-Benz-Logo hier auf der linken Brustseite. Und an allen Reißverschlüssen ist ebenfalls ein schwarzes Mercedes-Benz-Logo aufgeprägt. Die Jacke verfügt über eine Kapuze, die ich sowohl an der Jacke tragen kann, als auch abmachen kann. Ich habe einen Kinnschutz, sodass ich mich sehr schön in die Jacke einmummeln kann. Die Jacke ist lieferfähig in Größen S bis 2XL und bestellt eine dieser wunderschönen Regenjacken von Mercedes-Benz jetzt im Rosier Onlineshop.